Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, war ich eine Woche auf YouTube gesperrt. Das heißt, ich konnte kein Video hochladen und auch keinen Livestream machen. Und in den vergangenen Jahren war es bisher immer so, dass ich einen Adventskalender auf YouTube gemacht habe. Das heißt, ab dem 1. Dezember gab es täglich ein Video. Es gab zum Teil dann noch zusätzlich einen Livestream am Abend. Und ich habe mir auch immer wieder verschiedenste Themen vorgenommen und diese innerhalb von einer Woche behandelt. Das heißt, Wochenthemen erstellt. Und das kam in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr gut bei euch Zuschauern an. Und dieses Jahr wollte ich das eigentlich auch so machen. Da kam dann eben die Sperre dazwischen, sodass ich ab dem 1. Dezember nicht anfangen konnte. Deshalb gibt es ab heute immer zwei Videos pro Tag für die nächsten vier Tage, um den 1. Dezember bis heute quasi nachzuholen. Ich habe da in einem Livestream auf einer anderen Plattform auf Odyssee schon bereits die eine oder andere Sache erzählt, was ich vorhabe bei meinem Adventskalender, den ich auch ungerne wirklich Adventskalender nennen möchte. Da werdet ihr aber sehen, für was ich mich entschieden habe. Und ich möchte vor allem das Thema Spiritualität, neue Medizin und Alltags-Ich zusammenbringen. Das heißt, ich möchte die neue Medizin vor allem aus der spirituellen Sichtweise heraus betrachten. Das heißt, dahinter zu schauen, was hierbei wirklich Relevanz für uns hat. Relevanz in dem Sinne, dass wir die innere Entwicklung für uns anregen können und erkennen können, was tatsächlich im Außen durch das Ich-Bild letztlich überhaupt erst entsteht. Nicht nur die Projektion, die wir auf die Welt haben, sondern eben auch das Thema Krankheiten. Ich hatte dieses Thema schon lange Zeit immer wieder auf meinem Kanal behandelt und habe auch das ein oder andere Video im ganz speziellen Fall in Bezug auf Spiritualität und neue Medizin gemacht. Jedoch war es nur ein kleiner Einblick in das, was man dazu erzählen kann. Deshalb soll das zumindest ein großes Thema innerhalb des Adventskalenders sein. Was ich mir auch noch überlegt habe, ist eventuell mal ein Sammelsurium an Informationen bereitzustellen, auf was es denn ankommt, wenn tatsächlich ein Zustand da ist, in dem der Mensch vielleicht nur noch in seiner Wohnung, in seinem Haus sein kann, sein möchte, sein will und was man dafür eventuell vorbereiten sollte. Auch wenn es eben darum geht, vielleicht für Sicherheit, für sich zu sorgen, das heißt quasi abgesichert zu sein in Bezug auf das, was im Außen geschieht, auf das, was eben aber auch innerhalb einer solchen Situation mit einem selbst geschehen kann. Wir wissen, dass viele Menschen innerhalb solcher Situationen sehr stark dazu neigen, immer in Angst, Panik zu verfallen. Warum? Weil sie aus sich selbst die Sicherheit, den Halt nicht ziehen können. Das heißt, das wäre einerseits ein sehr praktisches Thema, bei dem ich aufzähle, was es für Möglichkeiten gibt, tatsächlich so einen Zeitraum zu überstehen. Aber es ist auch ein spirituell-psychologisches Thema mit verschiedensten Aspekten, die man aufgreifen kann, die natürlich aber auch in den Alltag transferiert werden können. Denn es ist nicht nur wichtig, in einer Situation, in der quasi eine Ausnahmesituation für uns, für dich da ist, entsprechend zu wissen, wie du vorgehst, sondern das ist jeden Tag so. Denn der Alltag ist natürlich für die allermeisten Menschen Gewohnheit. Aber der Alltag ist in Wirklichkeit keine Gewohnheit, denn es ist nur die Sichtweise, die du auf den Tag hast. In Wirklichkeit passiert jeden Tag immer etwas Neues. Es ist immer eine neue Betrachtungsweise, die du vielleicht so gar nicht an den Tag legst, weil du eben durch diese Brille der Gewohnheiten schaust, sodass aber jeder Tag eine Ausnahmesituation ist. Und deshalb werden dir diese Informationen auch sicherlich für den Moment, für das im Hier und Jetzt etwas bringen. Zusätzlich habe ich mir überlegt, den einen oder anderen Livestream zu machen, bei dem es dann tatsächlich um Fragen geht, die aufkommen in den entsprechenden Videos oder unter meinen Videos. Das heißt, ich werde verschiedenste Kommentare aufgreifen und werde diese dann im Livestream beantworten und vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle etwas dazu ausführlicher sagen, erklären und vielleicht auch noch in die Tiefe gehen. Das heißt, der Adventskalender findet auch dieses Jahr statt, trotz der Sperre, die mir da jetzt so ein bisschen dazwischen kam. Sie hatte aber auch etwas sehr, sehr Tolles, denn ich konnte mich wieder sammeln, konnte tatsächlich schauen, was ich wie kommunizieren möchte. Und ich werde auch sicherlich das ein oder andere Thema, welches, sage ich mal, aktuelles Geschehen betrifft, eine gewisse Relevanz für die Menschen, die immer noch so sehr verankert sind, im Außenbringen, sodass ich möglichst viele Themen abdecken kann innerhalb des Dezembers und euch damit, denke ich zumindest, einen Mehrwert liefern kann. Deshalb freue dich auf das, was auf dich zukommt, in Videoform oder dann auch live in einem Livestream. Und es würde mich natürlich dennoch freuen, wenn du mir die ein oder andere Idee in den Kommentaren zukommen lässt. Vielleicht hast du ein Thema, bei dem auch ich direkt sage, ja, das könnte ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Da habe ich eine Verbindung dazu. Das würde mir selbst Freude machen, wenn ich da mich selbst zum Ausdruck bringe, indem ich über dieses Thema spreche. Wenn du also ein Videothema hast und dieses vielleicht auch in dieses Überthema reinpasst, egal ob es jetzt die Spiritualität in Verbindung mit der neuen Medizin und quasi dem Hintergrund der neuen Medizin ist, ob es quasi Sicherheit, Schrägstrich, Verhalten, Leben innerhalb einer schwierigen Situation ist oder ob es ein tagesaktuelles Geschehen ist, welches aber auch aus der Tiefe betrachtet werden kann, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentarsektion unter dem Video. Würde mich freuen. Wenn dir dieses Video im Sinne einer Vorinformation bezüglich dem Adventskalender gefallen hat und du dich auf diesen Adventskalender freust, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben und wenn du Freunde und Bekannte hast, die sich da auch angesprochen fühlen bei diesen Themen, die ich gerade genannt habe, dann teile diesen doch bitte dieses Video von mir, dass sie den Adventskalender auch mitbekommen. Das heißt, bis zum nächsten Mal, bis zur ersten richtigen Folge heute Abend beim Adventskalender, euer Ingmar.